Am 23. September 1861 wird Robert Bosch geboren. 1886 eröffnet Bosch seine Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik in Stuttgart. 1902 entwickelt er den Magnetzünder für Benzinmotoren und forciert damit die Entwicklung des Automobils. Die Erfindung begründet den Erfolg und die Expansion der Bosch-Werke. Ab Mitte der 20er Jahre steigen sie auch in die Flugzeugproduktion ein und stellen Konsumgeräte wie Kühlschränke und Elektrowerkzeuge her. 1932 übernimmt Bosch die Junkers & Co. GmbH. Sie wird wenig später wie die Bosch-Werke selbst von den Nazis der Rüstungsproduktion unterstellt. Der Industrielle zieht sich aus seiner Firma zurück, hält Kontakt zum Widerstand gegen Hitler und erhält von den Nationalsozialisten dennoch nach seinem Tode 1942 ein Staatsbegräbnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017